... beim Europacup-Gegner Chelsea, dem Match vorzog, wollte Franky Schinklitz gegen seinen früheren Klub ganz besonders glänzen. Und der Ex-Team-Spieler präsentiert sich den 3500 Zuschauern so, wie ihn die Fans kennen. Mit einem perfekten Verhältnis zum Ball, einem etwas gespannten Verhältnis zu den Schiedsrichtern und einem ebenso gespannten zu seiner violetten Vergangenheit. Ich habe nur Probleme gehabt mit dem Kordes und bei der Austria Wien. Ich habe auch ein bisschen das violette Blut drin und ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch jetzt in die zwei, drei Monate wieder. Aber es ist nur für uns nur schlecht, dass er nicht da ist, weil dann kann er keinen Fehler machen. Der angesprochene Egon Kordes, heute als Beobachter beim Spiel Chelsea gegen West Ham, hätte in den ersten 40 Minuten keinen Unterschied zwischen dem Erst- und dem Zweidivisionär erkennen können. Die Gerasdorfer sogar mit den besseren Chancen. Nach dieser Attacke von Chuck an Griesler wollen die Niederösterreicher einen Elfmeter sehen. Der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aber aus. Und Austria-Co-Trainer Ernst Weber orakelt bereits mit dem Gras. Wir steigen auf, wir blamieren uns, wir steigen auf, wir blamieren uns. Und dann wird er erlöst. Fünf Minuten vor der Pause entscheidet Schiedsrichter Libert nach diesem Foul an Njelde auf Elfmeter für die Austria. Quasi ohne eine Chance gehabt zu haben, geht der Titelverteidiger 1 zu 0 in Führung, denn Kapitän Manfred Chuck lässt sich diese Chance nicht nehmen. Knapp nach der Pause die Entscheidung. Nach herrlichem Doppelpass erhöht Narbekowas auf 2 zu 0. Damit war die Gegenwehr der Gerasdorfer gebrochen. Die heißesten Szenen in diesem Spiel, die folgten aber erst. Nach diesem absichtlichen Handspiel sieht Franz Weber die rote Karte und das Publikum daraufhin viel Haut. Das war's für heute. Nach dieser Einlage folgten noch zwei Tore der Austria, nämlich jenes von Posenik in der 62. Minute und sechs Minuten später der schönste des Tages, Treffer Nummer 2 von Narbekowas zum Endstand von 4 zu 0. Der Titelverteidiger in der nächsten Runde und für die Fortsetzung des Films vier Hochzeiten und ein Todesfall hat dieser Mann bereits ein Angebot. Titel, vier Tore und ein Striptease. Ja und der Tabellenführer der Regionalliga Vorarlberg, der FCH, der spielte gegen den Linzer ASK und feierte dann...